wie 17 N uns immer nennt, ja? Wir haben uns hier versammelt nach einem... Ihr gebt euch jetzt alle ansonsten, wenn wir in 12 Euro schießen, ihr gebt euch jetzt alle ansonsten, wenn wir in 12 Euro schießen, bevor wir... Ja, töd! So, Nitrate, ja? Wir haben uns hier versammelt, ja, um einen schönen Ifriti zu sprengen, den wir mit Blut, Schweiß und Tränen, ja, aus dem Fight vom Hotel Resort gewonnen haben. Ähm, zudem muss ich noch sagen, dass wir ein Heli von der Gruppierung Black Motion runtergeballert haben, schön mit Liebe von Amco mit seiner Lilly hier, ja, und, ähm, ja, dafür will ich jetzt noch mal ganz im Namen von Nitrate sagen, dass es ein sehr schöner Fight war und wir so ne Files öfters haben wollen, aber Leiter hat 17 N und Black Motion hart reingeschissen, hä? Ja, dann würde ich mal sagen, im ganzen Namen von Nitrate, Sonny Wilson, Leon Fox, Sid Joop Thune, Amco Louisan, Felix, Panorama und die ganzen anderen Boys, Tom Böhner, Walter, Gerd Höfner, Ackerlin Small, ja, ich grüße euch alle damit, die leider nicht dabei waren, da schon leider in Uber mussten und den anderen Özel, ja, und, ja, dann wünsche ich euch eine schöne Sprengung, ja, und ich hoffe, es wird ein Denkzettel sein für 17 N und für Black Motion, dass ihr mit uns nicht so ficken können, man. Boom, tschüss 17 N